Heute Abend haben wir uns willkommen, jeweils zwei Mann gegen Schützlein von Selten. Ich habe schon die andere Kanone gesehen. Wir müssen dann zwei hier vorbei und eine, weil wir rücken wohl in die Richtung jetzt gleich vor. Aber Schießrichtung so! Direkt neben den Graben? Direkt neben den Graben. Die sechste bleibt dann hier auf der Straße stehen. Die 29... Das ist doch eine kleine Hauwitze hier. Scheiße ist das. Der bleibt ja alleine auf der Straße. Das ist ja kacke hier, eine Kanone hier durchzuziehen die ganze Zeit. Schwachsinn. Ihr bleibt einfach hier, bleibt auf der Straße und wir stellen die anderen zwei von uns dann da hin. Dann muss ich halt ein bisschen lauter stehen. So, ihr seid dritte, wir sind zwei, vier direkt neben den Graben.